ja hallo und willkommen zu einer neuen folge von let's play wird aus der place vol 4 mission 2 notfall und zwar spielen wir die mission notfall wie schon eben erwähnt und zwar droht bei einer frau die fruchtblase zu platzen und ihr kind könnte jederzeit zur welt kommen nur es gibt ein kleines problem der krankenwagen kann nicht zur station vorfahren also müssen wir mit unserem U-Bahn-Zug so schnell wie es geht die frau ins nächste krankenhaus bringen und zwar haben wir das jetzt versuchen wir das jetzt zum fünften mal mal habe ich das schon jetzt probiert und ich bin gescheitert vielleicht wie weit ihr dieses mal kommen so bei den ersten vier aufnahmeversuchen bin ich entweder zu schnell in eine weiche gefahren ich bin zu schnell in den kopf gefahren mein letzter aufnahmeversuch bin ich über eine rote signal gefahren ich bin ja schon wo drüber ich dieses mal fahre so schnell und die mission scheitert dann wieder ich bin ja schon wie viele versuche ich doch brauchen dass ich die mission habe das spiel ist der hammer wirklich es lohnt sich jetzt zu kaufen gibt es auf steam für 31,99 der kauf lohnt sich dieses mal werde ich die mission wirklich schaffen dieses mal werde ich die mission wirklich schaffen Ich hoffe jetzt, dass ich es nicht schaffe, auf jeden Fall. Okay, jetzt schon wieder eine rote Signale. Okay. 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 Wir müssen jetzt die Fahrt brauchen. Ein bisschen Tempo rausnehmen, weil jetzt gleich noch eine Kurve. Und die dürfen wir nicht so schnell reinfahren. Deswegen habe ich jetzt ganz zackig mal geholzt. Wir suchen in die Gegenrichtung. So, jetzt sind wir schon fast so weit wie im dritten Auflageversuch schon wieder. Okay. 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 Stai! Stai! Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 Ne, wie vor uns steht ein anderer Zug, da können wir ja nicht dann auf das Geist fahren ZDF, 2020 ZDF, 2020 So, wir müssten jetzt Vorfahrt haben für den anderen Zug eigentlich. Genau so ist es auch, wir wechseln direkt wieder das Geist. Wir haben jetzt kurz einen Zug überholt. So Leute, das war's für den ersten Teil. Wir sehen uns im zweiten Teil wieder, wenn's wieder heiß ist. Letztes Film wird aus der Version 4, Mission 2, wenn das Baby kommt oder Notfall. Bis dahin, tschüss.